Quod era demonstrando. Ganz vortrefflich. Sie sind ganz ohne Zweifel, Professor Layton. Bitte machen Sie es sich auf der Bostonius bequem. Sie sind auf dieser Reise Ehrengäste. Wir machen uns umgehend auf den Weg. Wir fliegen! Hurra! Professor, schauen Sie nur, wir fliegen! Und so machten wir uns zusammen in der Bostonius auf den Weg. Wir wollten das Mysterium der lebenden Mumia erforschen. Dies war lediglich der Anfang einer aufregenden Reise rund um den Globus. Und es war das letzte Abenteuer, auf das ich mich mit dem einzigartigen Professor Layton begeben würde. Wir sollten recht bald ankommen. Oh, was ist das denn? Ein Luftpul... Da frieren mir ja die Füße ein. Das ist Snöborg. Hm-hm. Hm-hm. Vielen Dank.